Natürlich, ich bin der Kev. Ich schick meinen Rechner nicht mehr an. Ja, uah, uah, nein, okay, jetzt bin ich tot. Fuck it! So, und dann geht's weiter mit dem Kev und einer Fledermaus. In der Höhle, mit Diamanten, zwei Stück, und der Kev hat sogar schon Diamantspitzhacke. Die Fledermaus ist in der Lava gestorben. That's sad. Das ist so traurig, man. Ich habe kein Wasser. Ja, ich möchte das Wasser auch haben. Dazu habe ich eine Schiene. Hier ist noch Wasser, wenn du guckst. Hier und da auch. Das eine mache ich zu. Auf jeden Fall so, dass ich auch Wasser bekomme. Weil das Wasser ist das Elixier des Lebens, mein Freund. Okay, ich hol's mir. Ey. Hier ist Wasser. Ach so. Meins. Ah, jetzt habe ich's. Da ist schon Wasser da. Wir brauchen nämlich Obsidian. Und da hinten ist ja Lava. Ja, und vor allem auch zu Gefahrenabwehr und so. Hä? 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 Wasser macht jetzt Geräusche. Hören wir's mal an. Mach so glub, glub, glub. 1.4 hat schon so Geräusche, ey. Wah! Skype! Skype! Was ist passiert mit dir? LP mit Kev ist offline. Damit steht fest, die Probleme kommen von Kev, weil ich bin online und ich kann auf dem Server spielen. Das heißt, Kev ist schuld. Ah! Das halte ich mal fest. Kev ist schuld. Auch wenn ich jetzt Angst habe hier. Ohne Kev. Der Kev left the game. Ja, es liegt an Kev. Es liegt an Kev. La 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 la. Es liegt an Kev. Juhu! So, ganz alleine ohne Kev. Gar nicht Kev allein zuhause, sondern den allein zuhause. Ich ruf ihn mal neu an. Boah ey, schöne. Uah! Kev ist komplett offline. Haha. Jetzt werde ich aber mal alles neu machen hier ohne ihn. Hahaha. Auja. Auja. Er wird's nichts mehr wieder erkennen. Ich hab voll Angst hier, ey. Uah! Juhu! Guten Tag! Hallo! 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 Jaaa! Tschüss! Kann es sein, dass ich immer Hallo sag und Kev sagt immer Ciao. Wenn Kev wants to see, sagt er Ciao. Ich sag Hallo. Warum? You don't know. Oh! Melonkerne! Juhu! Nein! Nein! Ich bin vergiftet! Ich darf es nicht sterben, 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 ich darf es nicht sterben. Oh, 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 fuck. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, phew. Phew. Und Kev ist immer noch offline. Was macht der Kev so lange offline? Nein. You don't know. Egal, ich mach es, ich mach es. Wah, der Unsinn, aber spinn. Ich trau mich nicht jetzt raus zu gehen, weil wenn ich dann reinkomme, dann spawns direkt von mir eine Spinne und so. Ist ja auch nicht schön. So, der Kev ist wieder da. Oh, der Kev joint the game. Endlich! Bin da! Nicht nur abgekackt. Komischer Höhlen-Sound. Kev ist da. Achso, ob sicher. Geilo. Geilo. Ist hier drunter auch sicher? Oh, Gold. Das weiß ich nicht. Gold? Ah, nur Gold. Und Eisen nicht vergessen. Ja, ich bin hier immer befließend am Eisen abbauen. Und dann sehe ich immer, wie der Kev vorbeiläuft. Irgendwas stimmt hier nicht. Okay. Minecraft hat keinen Sound, wa? Der Kev left the game. Du hörst mich aber gut, oder? Ja. Geil. Baue ich halt dein Gold ab. Oh, jetzt habe ich einen Minecraft-Sound, würde ich schon sagen. Ohne Sound spielt es sich doch scheiße. Hast du jetzt gar keinen? Bei Kev läuft alles drunter und drüber. Eieieieiei. Jetzt wieder alles sexy, so. Alles sexy ja geil, okay. The sexiness is black. Wie, wie, okay, dann baust du die erstmal alle ab. Okay, jetzt immer fett ab, du kannst ja weiter erkunden, ne? Ja, ich weiß noch nicht, in welche Richtung. Leuchte erstmal richtig um mich rum, dass hier auch nichts kommt. Boah. Das ist safe enough. Sind nur so ein paar Fledermäuse, die drumherum laufen. Alter, und so ein komischer Wassersound, der verwirrt mich richtig. Absidian. Hör, steht da hinten ein Skelett? Ne, ist nur ein Cobblestone. Ein verlassener Cobblestone. Kann es sein, dass diese Höhle in alle Enden schon zu ist? Ist gar nichts mehr so dunkel. Oh, hier ist dunkel. Okay, ich weiß, wo es hin weitergeht. Kev? Ist schon wieder weg. Warum? Was macht der Kev? Ich habe keine Ahnung, was bei Kev los ist, aber anscheinend hat er beschlossen, damit nicht zu spielen. Yo, der Kev wieder beim Essen. Der Kev ist wieder da. Der Kev hat sogar einen Skin, weil ich den Anti-Steve-Mod installiert habe. Der Kev, wir haben aufgenommen vor einer Stunde und jetzt war der Kev eine Stunde weg. Skelett? Ja, ich bin wieder da. Der Kev ist einfach so abgekackt. Neues, Minecraft, neue Probleme. Tryout, alles mögliche. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Es ist passiert. Keine Angst, Dana. Keine Angst. Ich bin vergiftet. Läuft. Warum bist du vergiftet? Ich habe ja auf jeden Fall schon mal drei Dings da abgebaut. Drei Obsidian. Ich wollte das jetzt einfach neben der Aufnahme machen. Nicht danach. Und das Geile ist, ich erzähle einfach mal, was ich bei Dana so erzählt habe, seit dem letzten Stand. Nachdem ich die ganzen Updates gemacht habe, ich habe sonst mal so FPS von... Ich habe ja alles geupdatet. BIOS, Grafikkarte, CPU. Ich hatte davor irgendwie normal eine FPS von 100. Mit Taylor Hot so 30, damit es flüssig ist. Und jetzt gerade habe ich eine FPS... Und jetzt over 9000. Ist so. Nein, übertreibt man nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine reelle FPS von 400. Und wenn ich im Stadtbildschirm bin, von Minecraft 3000. Das ist richtig krank. Das ist nicht normal. Das ist viel. Das ist nicht schlecht, mein Freund. Du hast Eisen übersehen. Ich bin doch hier Obsidian, mein Hase. Trotzdem. Schau mal, wie viel Obsidian... Wie viel Obsidian kostet das denn? Acht, ne? Wie viel Obsidian, was? Eine Ender Chess kostet acht Obsidian, oder? Ja. Ein... Ein... Wow. Oh, hier ist da Lava. Die Höhle ist hier nochmal richtig grisig. Uiuiui, hier ist Lava, mein Guter. Ich sehe eine Fledermaus irgendwo an einem Baum, an einem Teil hängen. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Hier ist eine große Höhle dunkles. Hier gehen wir gleich hin, sobald du fertig bist. Boah, und hier ist schon eine Fackel. Alter, hier ist ja mega Lava. Aber... Du hast hier, aber... Du hast schon wieder Eisen übersehen. Und das war es wirklich du. Also hier... Hä? Ich habe aus Versehen Obsidian-Blöcke gebaut. Boah. Kev. Ich wollte Wasser setzen. Darf ich hier nicht. Oh Kev, du bist so... Also wir brauchen 16 Obsidian für die Kisten. Ich meine, ich habe so viel Erfahrung. Die können wir auch später abbauen, Mann. Nein, das Ding ist, ich kann ja Dings da. Wenn wir uns die Verzauberung machen, dann läuft das. Und wir brauchen vier für... Ne, fünf. Wie viel braucht man für dieses Verzauberungstisch? Für dieses Verzauberungstisch? Ich glaube vier, zwei Diamanten und ein Buch, ne? Ja, vier Stück nur. Das heißt, mehr als vier Stück brauchen wir auch echt nicht, Mann. So, ich... Ja, ich nehme aber erstmal die Aussichtlichen noch mit hier. Ist sowieso gleich zu Ende, weil sonst muss ich mit der Lava spielen. Das ist nervig. Mann, 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 Kev. Erstmal ein Brot machen hier. Da. Jetzt will ich aber schon... Mach ich mir wenigstens eine Ender-Chest. Halt, stopp. So geht's nicht. So, was heißt, eine Ender-Chest sind Dings da. Sind acht plus... Das Ding sind vier, sind zwölf. Das heißt, zwölf Obsidian brauchen wir. Nehme ich mit. Okay. Das sind nicht mehr viel, noch zwei Stück jetzt. Boah, Kev, also wirklich. Ja, du kannst doch schon mal weitergehen. Ja, aber ich trau mich nicht alleine. Die sind böse Fledermause und Monster und alles. Und ich glaube, die mögen mich nicht. Alter, das Wasser war ja eine richtig geile Idee. Wow, Clev, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Komm her, Kev. Du lebst. Du lebst. Helf mir. Warte, warte. Ah, helf mir. Das ist gar nicht gut. Warum bin ich hier alleine? Nein. Ah. Wo? Komm her, komm her, du. Ich hab noch ein Obsidian-Obsidium, aber dann bin ich da. Ja, sicherlich. Und anstatt, anstatt zu leben. Bei Kev geht Obsidian vorlebende Menschen. So siehst nämlich aus. Obsidian, hab voll. Böser Kev. Ja, ja. Nur, du denkst auch nur Obsidian, mein Freund. Ich? Wo bist du überhaupt? Sie ist ja runtergefallen. Jetzt schießen die sich gegenseitig ab. Yeah. Auja. Yandy Lane, Haus. Auja. Auja. Schieß doch. Ha. Er hat den Zombie abgeschossen. Ach, ich hab ja selber auch einen Pfeil. Haha. Der Kev ist weg. Okay. Der Kev hat gerade alle. Aber ungelogen, ha? Ungelogen alle. Jetzt einfach ein Skype-Geräusch weg, Mann, hier. Der Kev hat alle seine Treiber geupdatet. Sogar sein BIOS hatte geupdatet. Es hat eine Stunde gedauert. Und trotzdem hat er irgendwo ein Problem. Was genauer sein wird, wird er, denke ich mal, selber lösen. Das Ding ist nur, dass wir jetzt hier in der Höhle stuck sind. Ei, ei, ei. Ich spiel noch kurz weiter, um mich hier irgendwie an einen sicheren Ort zu bringen. Aber das hat ja so keinen Zweck, weiter zu spielen, meine Freunde. So geht's nicht. So geht's nicht. So geht's nicht. Hä? Kev ist schon wieder da. Das ging aber schnell. Vielleicht ist diesmal sein PC gar nicht abgestützt. Äh, anrufen. Depp, 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 depp. Depp, depp, depp. Hallo, Kev. Ich glaube, das war einfach nur die Rache dafür, dass er nicht zu mir gekommen ist. Ja, weil ihm Obsidian wichtiger ist als ich. So sieht's nämlich aus. Ha. Bin ich nicht in Ordnung. Nee. So geht's nicht. Jetzt rufe ich ihn an, aber ich höre ihn nicht. Vielleicht hört er mich. Vielleicht lacht er mich aus. Problem mit der Internetverbindung. Aber mit meiner sicherlich nicht, weil ich kann auf dem Server perfekt verbinden. Und er ist... Ach, jetzt ist er plötzlich offline. Ha. Wohl doch wieder, doch wieder seinen PC abgestürzt. Ei, 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 ei. Was ist da noch mit dem Käfer los? Ich hoffe nur, dass er nicht irgendwo war, wo gerade Monster waren. Aber ich glaube nicht. Er hätte sich so unaufgeregt und gehört. Nee, bei ihm war alles in Ordnung, während ich fast gestorben bin. Ja. Das steht ihm richtig. Das steht ihm richtig. So finde ich's aber nicht in Ordnung. Ich bin hier fleißig am Farmen. Wow. Oh, Level 10. Schönes Geräusch. Schönes Geräusch. Ja, ja. Das muss man auch mal sagen. Das Geräusch möchte auch mal irgendwie erwähnt werden, ja. Das kann man jetzt nicht immer außen vor lassen. Und es ist hier bedenklich dunkel. Und ich weiß nicht, ob hinter mir Creeper sind. Creeper. Ja. Huah, huah. Hallo, lieber Freund von mir. Na? Sind Sie ein Freund des Kefs? Dann sind Sie auch nicht mein Freund. Sind Sie ein Feind des Kefs? Sind Sie auch mein Freund. Denn mein Feind... Nein. Meines Feindes ist auch mein Freund. Oder wie auch immer Winnetoula sagt. Oder Old Chatterhand. Oder wer auch immer das ist. Habt ihr überhaupt... Kennt ihr überhaupt Old Chatterhand? Früher hat man das ja immer gekannt. Das waren ja so Bücher, die man in seiner Jugend gelesen hat. Aber heutzutage gar nicht mehr. Ich kenn das eigentlich... Also naja, man kennt's ja eigentlich irgendwie trotzdem. Aber uns ist halt in der Nähe... Ich wohne ja in Lübeck. In der Nähe ist ja Bad Segeberg. Mit dem Kalkberg. Und da werden ja immer diese Winnetou-Schauspieler aufgeführt. Wo geht denn das da hinten hin? Eieiei. Ach, die Labe macht dieses komische Geräusch. Damit sie sich nicht mehr anhört wie Slimes. Apropos Slime. Wir müssen also unbedingt mal in ein Sumpfgebiet. Damit wir endlich die vier Slime-Bälle, die wir brauchen... Ja! Äh... Uns holen können. Ah! Um... Den... Wow, wow. Um den... Ähm... Um unsere Tür zu machen. Ja, ja, ja. Verzieht euch hier. Ich verstehe nicht, warum man das... Wah! Wieso war ja plötzlich Licht? Ach, der... Der Obsidian da. Äh... The Redstone. The Redstone. Hallo. Nein! Nein! Eigentlich kein Pfeil verschwenden. Jetzt habe ich es auch nicht gemacht, weil ich die wieder einsammle. Glaube ich. Oder auch nicht. I don't know. And I don't really care. Karten. Creepergeräusche. Junge, die ganzen Geräusche. Sie machen mich total verrückt. Ich... Vergesse... Kein Eisen. Ja, da könnt ihr euch doch mal drauf verlassen. Denn Eisen sammle ich ein. Ansonsten würde ich ja Kef heißen. Und... So heiße ich nun mal nicht. Ja? Steht auch um meinen Pass. Steht da Kef? Nein, steht nicht. Wo sind Spinnen? Eieieiei. Und es hört sich auch irgendwie wie Feuer an. Ich weiß nicht, was das für Geräusche sind. Eieieiei. Eieiei. 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 Ich bin eine große Spinne. Die ist klein. Die ist giftig. Nein. Bleib fern von mir. Ich bin vergiftet. Eieieiei. Eieiei. 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 Wer weiß. Oh Mann, oh Mann, Kev. Aber da gibt es ja auch keine... Es ist ja auch nicht so, dass man sagen kann, ja, das und das musst du machen, dann geht es wieder. Weil er hat alle Treiber aktualisiert. Netter Fackelback. So. Und trotzdem stürzt er einfach ab. Er kann nichts machen. Aber meine Vermutung immer noch, das ist einfach die Bestrafung dafür, dass er nicht genug Eisen gesammelt hat. Und langsam soll ich aufhören. Da wird bestimmt richtig sauer. So, weitergespielt einfach so, ist nicht okay. Das finde ich auch nicht schön und so. Tja. Trotzdem mache ich das hier. Denn es sind so schöne Höhlen hier, ey. Mit so vielen schönen Steinen, ey. Das macht so einen Spaß, ja. Okay, was ist das hier? Hier war ich, hier komme ich her, okay. Kann man ja mal vergessen. Und Level 11, aber ich freue mich so, alles zu enchanten. Ich mache enchanting Wettkampf mit Kev. Wert, geilste enchanting Teil. Dann baue ich mir noch einen Amboss. Ah, Amboss, ja, Amboss. Ich sammle ja das Eisen für den Amboss, ja. Der Käff ja nicht. Der sammelt ja generell einfach mal nicht, ne. Muss man ja auch nicht. Äh, wieso ist hier Kabelsturm? Hab ich das irgendwie gelegt? Oder ist das... Ah, okay. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Brauchen wir nicht. Labar ist ja auch so eine Sache. Ist jetzt auch nicht so schön. Wow. Ein betrölicher Höhlen-Sau. Ich habe gar keine Angst, ich habe gar keine Angst. Lass mich in Ruhe, ne. Ich hab schöne viele Schienen Auch wenn ich noch gar nicht weiß, ob wir die überhaupt verwenden Und wenn ja, wofür Und wie doll und wie lang Und ich möchte da irgendwie zumachen da vorne Weil das erscheint mir Einfach auch Durchaus bedrohlich Ach hier hab ich Cobblestone Cobblestone müssen wir eh sammeln Weil wir haben auch wieder gar kein Cobblestone Das ist auch wieder so ein Dena-Failing Ja Na, 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 na Nein, die können oben lang Ha, 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 ha Ha Ja Jetzt schaut er aber Dann da kommen sie nicht durch, die Spinnen Die Spinnen Man könnte natürlich auch eine XP-Falle machen Mit Spinnen, aber ich glaub es ist auch gar nicht notwendig Naja, reicht eigentlich komplett, wenn man das einfach abbaut Es reicht eigentlich komplett Äh, wenn man das einfach zubaut Willkommen, was brauchen wir? Ja gut, Spinnen Augen Aber so viel braucht man die jetzt auch nicht Für, äh So viele Tränke Oder was auch immer Man damit macht Zisch, 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 zisch Hä? Nein Wo ist mein Wasser? Fuck you, wo ist mein Wasser? Scheiß, ich hab mein Wasser verloren Okay, ich hol mir neues Wasser Neues Wasser Juhu Ey Wasser Komm zu mir Okay Hallo Creeper Wow, wow, wow Wo kommt denn das Wasser her? Denn ich brauche es jetzt Und da ist schon wieder Eisen Eieieiei Was der Kev hier alles vergisst Naja, ich weiß nicht, ob wir hier längst gelaufen sind Aber Achter So geht es auf jeden Fall nicht Ja Überall Eisen Okay Und verbrennendes Eisen Und Sachen, wo ich fast runterfalle Ich versuche jetzt einfach Nochmal Na Hallo Spinnen Alter, hier machen die irgendwie auch noch ganz viele andere neue Geräusche Oh, und es geht sogar hier Die Schienen gehen sogar berghoch und bergab Ja, wow, ist das ja Ist ja auch toll teilweise Ey, lass Nein Ich will hier runter Ich will hier raus Macht es kaputt So Mann, 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 Mann Eigentlich reicht das hier jetzt auch Weißt du, man muss auch Man muss auch mal wissen, wann Schluss ist Ja Und dieser Moment ist vielleicht Jetzt mit diesem Mal erreicht Ja Hm Ja Das denke ich mir nämlich jetzt mal Dass jetzt einfach mal Schluss ist Irgendjemand ist gerade ein Block runtergefallen Ich hoffe mal, dass es Kein Mob war Der Mir gefährlich werden könnte Kiste Melonenkerne Kohle, Kohle Melonenkerne Die Nein, 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 nein Wow, shit Wo kommt die alle her Jetzt Sprinte, jetzt Sprinte Ich darf jetzt nicht sterben 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 Fickt euch alle Nein, 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 nein Nein, 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 nein Okay, jetzt bin ich tot Nein, ich glaube, der bleibt bei einem halben Herz Wenn man Wenn man nicht auf schwer steht Oh, fuck, ey Hö Tschüss Nein, 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 nein Ich bin aber immer noch drin, weil ich hier voll wieder von plotrest bin. Das geht nicht! Bin ich hier noch drin. Wir müssen... Is mir aber jetzt gleich die Folge zu Ende. Ich will hier irgendwie an einen Punkt kommen wo ich jetzt nicht sterbe. Aber du kannst auch wieder hallo sagen. Du bist jetzt im Fernsehen. Türüü! Türüüü! Ich bin dein Kev! Ich schick meinen Rechner nicht mehr an! Okay jetzt bin ich tot! Tschock it! Das ist doch nicht möglich.... Nein! Nein, nein, ich laufe und sterbe neben einer Lavaquelle mit Diamanten mit meinem komplett vollen Inventar. Lauf! Kannst du dich irgendwie einloggen, damit du was findest? Kind, nur einloggen, du musst nicht spielen, nur einloggen. Ich kann mit dem alten Rechner einloggen. Ja, schnell, 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 schnell. Ich stort noch. Mach es so schnell du kannst, es zählt jede Sekunde. Wir dürfen nicht alles verlieren. Schneller! Nein, warum bin ich denn noch gelaufen? Oh, ich hätte noch warten sollen. Oh nein, ich hätte warten sollen. Warte doch auf mich! Oh, diese Minen, ich bin so schnell. Die sind echt krass und die passen durch jede Lücke durch. Oh nein! Nicht sterben! Ja, aber ich bin schon tot. Ja, schon tot? Ja, ja, aber du musst ja... Du musst es mir porten, ne? Ja. Und da muss ich trotzdem noch überhaupt suchen, wo das war. Oh, fuck! Oh, du heilige! Ja! Schneller! Ja, der Update zählt! Minecraft ist langsam! Scheiß, 1.4, Alter! Jetzt kann ich meinen Rechner morgen zum Fachmann bringen! Da geht gar nichts mehr! Ich kriege ihn da, ich kriege... Er schafft noch nicht mal Windows! Aber ich glaube nicht, dass es an... Ich glaube eher, dass es dann ein Mainboard-Fehler ist. Scheißegal, was... Die sollen das heile machen! Zum Glück habe ich im Voraus Minecraft aufgenommen, beziehungsweise 8 Folgen und im Voraus! Was soll ich machen? Ja, kannst du nichts machen! Jaaaa! Jaaaa! Das sind wahrscheinlich die Ersten bei denen, die die Freude nicht erfahren... Du läckst aber auch grad wieder ziemlich! Achso, weil du runterlädst, ne? Ne! Ja! Jetzt müsste alles gut sein wieder! Ja, es beginnt wieder nur sich zu normalisieren! Boah ey! Ich bin so tot! Ich hab den Lisa nicht! Dena.minecraft.io Alter, wie viel Eisen du hier vergessen hast! Das geht doch nicht, Kev! Wie, ich lauf hier unseren Weg zurück und hier so krass... Gibt es nicht Dena.minecraft.io oder? Dena.minecraft.net? Dena.nitrado.net! Dena.minecraft. 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 Ich bin auf dem alten Leggi.pc, ist egal. War ich hier? War ich gar nicht Hä, doch, doch Ungefähr hier waren wir und dann bin ich glaube ich in diese Richtung gegangen Das hilft mir schon mal viel Aber Kev, pass auf die Sachen auf Hier läuft ein Zombie mit Eisenrüstung rum Alles klar, ein Schnetzel, ich gucke es weg Doch, hier unten war ich Aber dann bin ich hochgegangen und dann bin ich los in so einem Höhlensystem Jetzt, ja, den kennen wir Kriegen wir den Rüstung dann? Ich bin schon wieder tot Ich glaube schon Hast du Essen für mich? Hast du Essen für mich? Kill mich schnell, kill mich schnell Einfach schlagen, schlag mich trotzdem Okay, dann esse ich Es geht nicht anders jetzt, ich will doch nur meine Sachen wiederfinden Kein Thema Das war sowieso eine krasse Aufnahme, also Mein Rechner hat mich fertig Ich habe das Höhlensystem gefunden, also das ist das Spider-System hier Das Ding ist nur, dass ich bestimmt nur noch drei Minuten circa habe, wenn nicht weniger Oh fuck, ich habe nicht meine Waffen mitgenommen Ich bin so dumm und hier ist ein Enderman Ah ja, ich bin schon fast wieder tot Du kannst dich porten, wenn du willst Ich bin doch Dingsda in der Hülle Kannst du überhaupt deckfrei spielen? Ja, ich bin Hier ist halt so ein Cave-Spider-System Ich sehe dich Ich bin in so einem Cave Äh, was heißt denn das? Wie heißt denn das überhaupt? Das Höhlensystem halt Naja Ich sehe dich Ich sehe deinen Namen So ein bisschen Du bist unter mir Ja Ja, das ist ein richtig komplizierter Weg Man, den findest du jetzt nicht so auf die Schnelle Echt nicht Da oben Ja, ich bin unter dir Ah, also Scheiße, Mann, Kev Schnell, gib mir irgendeine Waffe Gib mir irgendeine Waffe Ich brauche nur eine Waffe Schnell Und zwar schnell Unsere Sachen sind weg, wenn du es nicht sofort machst Schneller, schneller Hier, nimm Nur, weißt du, dass ich mich verteidigen kann, wenn wieder irgendwas komisches ankommt Hier muss irgendwo ein riesiges Cave-Spider-System sein Ich hatte es gerade eben schon gefunden Hier lang Folge mir Hier lang Ich komme, ich komme Und jetzt gehen wir in zweifelig in eine Richtung Es zählt nur, dass wir es irgendwie finden Wow, Cave-Spider hinter dir Aber keine Cave-Spider Wenn Cave-Spider da ist, ist das ein gutes Zeichen, weil da müssen wir hin Ich spiele ohne Sound Ah, ich komme hier nicht hoch Ich auch nicht Ich muss Jetzt muss man schon kaputt hier So, lauf Nein Oh Was machst du da? Ich bin fast wieder tot Ich bin auch schon wieder fast tot Jetzt dürfen wir aber nicht beide sterben Wir dürfen nicht beide sterben Auf gar keinen Fall Ich lebe Aber ich habe es noch Vier Herzen Steppe Vier Herzen Vier Herzen Oh, ich bin wieder da Oh, der ist hinter mir Alter Belli Ah, Cave, ich will nicht, was meine ganzen Sachen wechseln Ich sehe, bis Creeper kommt Überlebe Du musst auch überleben Es ist auch wichtig, dass du überlebst Was? Weißt du, was du alles hast Der Creeper fliegst da an Der Creeper hat Angst vor der Fledermaus Das kann sein Das wäre aber krass Aber cool Oh, überhaupt Skelett Gegen das für mich nicht gewappnet Gegen das für mich nicht gewappnet Noch ein Skelett Das ist mit Sicherheit das Höhensystem, wo ich war Aber hier ist nirgendwo nicht Oh, 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 oh Kiste mit Eisen und zwei Diamanten Und vier Kohle Wo bist du denn? Ja, in dieses Höhensystem reingelaufen Ich kann jetzt nicht warten Hier ist ne Fackel im Höhensystem Ja, da hin Lauf einmal von selbst nach Aber ich hab nicht genug Dings da Ja, ich bin in die falsche Richtung gelaufen Hier ist es auf jeden Fall nicht Oh ja, ich komm zu dir Ich komm ja zu dir Ich mach ja schon, ey Oh, das gibt's doch nicht Ich will nie Die Sachen sind schon weg wahrscheinlich Hier ist doch ne Fackel Ganz viele Fackeln An der Wand eine Fackel Irgendwas mit Kabel zugebaut Ja, ja, geht da lang Geht da lang Ja, wenn da mit Kabel zugebaut ist, ist nicht da Aber es ist ungefähr in der Nähe Da kommen die Cave Spider her Ja, komm zu mir Ich bin fast da Ich Wo war das? Ja, ja, ich erinnere mich hier dran Ich erinnere mich hier dran Ich bin fast fluss Ich glaube, ich bin hier lang gegangen Nein, hier ist ein Sack, also Dann bin ich glaube ich da lang gegangen Hier ist ein Bogen Bogen hab ich gefunden Und hier oben ist ne Peel Fällt runter Hä? Ich hab deine ganzen Sachen Ja, hol sie die alle Schnell Oh, hier ist der Nein, die Ah, die bauen vor mir Nein Ich habe Nichts bekommen Es gehört alles weg Nein, 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 nein Der Vital ist zwar voll Ich hab jetzt irgendwie Ne, ich hab einen Goldhelm und so Aber manches ist auch in die Lava gefallen, glaube ich Ja Da ist ein Creeper auf der Kiste Lass mich erstmal hoch Lass mich erstmal hoch Lass mich erstmal hoch Bevor du alles verlierst Na ja, komm, wir enttp' dich jetzt schnell Nein, ich baue mich runter Dann müssen wir nicht dauernd tp'n So, jetzt hochbauen Was machst du da Hast du, wie viele Diamanten hast du Zwei Oh, nein Ich hatte bestimmt mehr Ne, ich hatte nur zwei, glaube ich Ich hatte, glaube ich, nicht nur zwei Ich hatte nur, ich hatte fünf Du hattest Die ist bestimmt in die Lava Du hast es, die hast Hier ist ne Kiste Deswegen hat das ein Creeper gewesen Vorsicht, Creeper Ja, als ob dem ihr was kann Geh zurück, geh weg Geh weg, geh weg, geh weg Nein Nein, sie kommt zu mir Tp'n dich sofort, du kannst Sofort, wenn du kannst Tp'n dich Sofort, wenn du kannst Tp'n dich Ich hab Angst Boah Oh, 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 oh Das wird ja richtig heftig Ich hab Angst Wir müssen nach Hause Hinter mir Wie eine Spinne hinter mir Hinter mir Ich hab keine Waffe Ich hab keine Waffe Ich hab... Skidit, da kommt Skidit Hier liegt ne Waffe Hol sie dir Hol sie dir Ich hab nur ein halbes Herz Ich kann nicht zu dir Mein Leben regeneriert sich nicht Weil ich kein Essen hab Ich bin fast tot Ich bin fast tot Kümmer dich Ich kann auch nichts machen Er ist tot, er ist tot, er ist tot Alles klar Hast du irgendwas zu essen? Nein Ich hab ein halbes Herz Und mein Leben regeneriert sich nicht Oder mein Leben regeneriert sich Und dauert es noch ein paar Sekunden Aber auch nicht mehr lange Kev, wir müssen nach oben Lass uns einfach nach oben botteln So, ich baue jetzt hier erstmal zu Wasser in der Kiste drin Hast du gesehen? Ich hab eine Diamantspitzacke Eine Diamantschaufel Und zwei Diamanten Ich hab auch zwei Diamanten Jaja, zwei Diamanten Hab ich in der Kiste gefunden Grad eben noch Achso, willst du mir die Die Hacke geben kurz? Ja, aber hab ich selber keine Hacke Ach, ich hab noch ne Eisenspitzhacke da Ja, ich hab ja mehrere gehabt Okay, wir bauen uns einfach nach oben Was für ne Höhe haben wir? Wieder eingesammelt 20 Entschuldigung Ich will ne Hacke Ich will nur nach Hause, Mann, Kev Gib mir diese Scheiße Obwohl ich Dings da Obsidian 12 hab ich auch Alles klar Hast du 12? Oh, puh Oh, mein Kev Ja, im Eisen haben wir Hab ich 4 Wie viel hast du? Ähm Eisen habe Nein Ich habe 4 und 2 Äh, 2 Ruhe Ich hab Ich hab Ich hab 4 Eisenbahnen Ist das dein Ernst, Kev? Ey, du hast alle verloren Ja, aber wie viele hatte ich gesammelt? Die sind alle weg Und du hattest ja gar keine gesammelt Du hast fast keine Doch Die habe ich alle für die Werkzeuge gemacht Die wir gerade haben Ey, die haben Diamanten Ist egal Ne, Eisen brauchst du für alles mögliche Wir müssen unbedingt Eisen war überall Wir müssen jetzt erstmal in die frische Luft Und Ja, ja Jetzt geht es auf jeden Fall mal hoch Das heißt nur, dass wir trotzdem Ich könnte ja hier dann weitermachen Hier finden wir ja auch ein Masseisen Ja, aber die Höhle ist so geflucht Ey Ja, mein PC ist geflucht Der geht nicht an den Ich weine klein Ich kann mir auch nie vorstellen Was er sein könnte Außer Mainboard, leider Äh Bau dich hoch Ach, wir sind ja schon hier Ich habe sogar eine Diamantschaufel Ja, ist auch von mir Du hast alles von mir Hier ist eine Höhle Vorsichtig Und ich habe hässlich Lab Ich lade zu hier nur Boah, hier ist eine dunkle Höhle Also wenn hier Eisen ist Auch jetzt aber noch mitnehmen Aber nur wenn es sicher ist Aber Ja, hier ist es sicher Bloß Bringt nicht viel Ja, aber Vorsichtig Hier kommt Ähm Hier wieder hoch Wenn wir so eine Wendeltrippe haben Ja, weil hier kommt Gravel hoch Das ist hier nicht gut So, ich Ja Ich mache schon Ist an sich egal Oh, hier ist Eisen Oh, sehr gut Bau weiter hoch Und ich baue immer die Sachen ab, okay? Alles klar Dann geht es schneller und so Boah, ich hatte bestimmt Zwei Stacks oder so Nein Ey So viel wie ich abgebaut habe Sicher Ich steckse mir so Egal, mein PC ist Schrott Mein PC ist Schrott, Dina Mann Was mache ich jetzt? Du meintest ja auch Überlichten tut er nicht Warte, ich baue einfach weiter hoch Und ich mache wieder Eisen Ich bin so der Eisenmann Kev ist so da Ich baue mich hoch, Mann Ja, aber war keine Schaufel Braust du eine Schaufel? Aber das sieht mir ja sowieso danach aus Als es mir gleich Ende ist Ja Oh, Entschuldigung Okay, aber hier die Höhle Die verschwricht auf jeden Fall vieler Finden wir auf jeden Fall noch einiges Wo sind wir? Doch, da vorne ist es was reingegangen Guck Ah Ah, okay Dann müssen wir hier die Küstenlinie entlang zurück Bestimmt Ja, warte Ich habe doch vier Kisten dabei Äh, Kisten? Ja, wir tun hier einfach alles rein Zack Nein, dann gehen wir direkt nach Hause, Mann Hä? Hä, deine Aufnahme ist doch schon vorbei, oder nicht? Ne, die läuft noch die ganze Zeit Ja, dann ist die Folge lang genug Dann nehmen wir weiter auf Während Dings dann Dann tue ich ja alles in die Kiste Mach die Kisten kaputt Ich bin nicht gestorben Ja, ich weiß Ich kann kein Weizen essen Kein Weizen essen Hier ist auch noch so eine Höhle Das geht nicht Aber jetzt schau ich auf gar nichts mehr Ich will nur nach Hause Bevor es nachtig ist Ich kann sagen, hör auf die Höhlen anzugucken Ja, ja Ich will auch nur Aber hier ist auf jeden Fall der Weg nach Hause Ich habe meine ganzen Level verloren Ich hatte schon 17 Level Jetzt bin ich auf 6 runter Ja, ich hatte auch Level 11 oder 12 Ich soll gerade deswegen Weil wegen die ganzen Deswegen sind die Ender Chests gut Weil mit Silk Touch Ja, das stimmt Mit Silk Touch kannst du die dir wieder dann holen Die Ender Chests, das stimmt Deswegen, das ist gut Mit Silk Touch kann man auch Mob Spawner nicht abbauen Das ist schade Das habe ich mal getestet Mit Silk Touch fände ich es gar nicht Wenn man einen Mob Spawner abbauen könnte Ja Oh, oh, die sind schön überall hier die Gegner Nein, 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 nein Aber ich habe noch relativ viel Leben Oh, oh Ich nicht, ich nicht Nein Nicht, 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 nicht Ich habe noch zweieinhalb Herzen jetzt nur noch Oh, die war Creeple Nur noch ein halbes Herzen Nur noch ein halbes Herzen Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot Ich bin tot, ich bin tot Ich gehe unter Wasser Ich schaffe es, ich schaffe es Kev, ich habe Angst Ich auch Ich habe nämlich alle Diamanten dabei Die schwimmen schneller als ich Ja? Ne, ich glaube einen Tick langsamer Wo bist du denn? Oioioioioioi Ich bin im Wasser Ich schwimme jetzt dahin Eieieiei Ich habe aber kein bisschen Essen mehr, leider Was ich mir jetzt schnell reinstehe Das heißt, also mein Leben regeneriert sich nicht Alter, wir wollten da mies fahren Alter, das hat ja nur Minus gewählt Naja, wir haben immerhin ein paar Diamanten Ja Ich meine, wir haben Wir haben hier mit der Diamantspitzachs Haben wir auch noch zwei, äh, drei Diamanten Das heißt, wir haben Haben wir eigentlich Papier überhaupt? Ne Hast du die Diamantschaufel gemacht, oder? Ne, die hatten wir schon Achso Das heißt, wir haben drei, äh, fünf, äh, sieben Sieben Diamanten Ich weiß nicht, wir hatten bestimmt ein bisschen mehr gefunden In ein Gemälde konnte man einfach irgendein Dings da reinmachen, ne? Ja Ich glaube, ich tue den Diamanten jetzt rein Nicht, dass der dann verloren geht, aber ich glaube, man bekommt den wieder Ne, so, äh, da kann man Papier machen, ne? Okay Auf jeden Fall, drei Diamanten haben wir jetzt, äh, hier Das heißt, wir können auf jeden Fall den Ender, äh, den Enchantment Table machen Bloß haben wir wieder unsere XP verloren So Warte, ich mach du zehn Enchantment Table Sand, Kies, Erde, Wolle Ich sortiere auch noch schnell hier alles ein Wie es sein muss Ich tue in den Ofen die Hey, mach mal deine neue Räge jetzt Bücher Hä? Mach mal deine Bücher, nicht mehr drei Papier Ne, du brauchst zusätzlich noch Leder Hast du Leder? Ne, hab ich leider nicht Tu alles Werk, äh, tu, sortiere mal alles ein Wieder hier Braue ich das denn? Ich sortiere auch alles ein, Kev Einfach links und rechts Alles einsortieren, Kev Warte, ich mach grad hier eine Enchantment Table Wie geht denn das? Aromelonkerne haben wir übrigens, ne? Hast du gefunden? Yes Achso, nur einen Leder, brauch mal alles klar Ich mach jetzt den Enchantment Table So Ich pflanze mal ein bisschen Zuckerrohr an Zack, wir haben eine Enchantment Table Haben wir eigentlich eine Wir haben schon eine Enchantment Table jetzt? Ich hab jetzt gerade eingemacht Netter Shit Weil wir brauchen auch richtig viele Bücher Damit das überhaupt sich lohnt Und dafür brauchen wir Maßen Aber die kann man ja auch von Also der geht nicht kaputt, ne? Ne, der geht nicht kaputt Den kannst du immer mitnehmen Wir können hier unsere Bücher, ey, kann man Hier ist genau genug Platz Aber, ja, aber auch so viel Dass du da rum die Bücherregale machen kannst Ja, genau Deswegen sag ich ja Genau weg, dass du Bücherregale so machen kannst Alles in der Butze drin hier So schnell einsortieren Ach, die Kisten haben gar keinen Platz Und ich hab jetzt auch keine Kiste dabei Ich meinte aber eine neue Kiste Das sortiert jemand anders ein Das sortiert jemand anders ein Ja, das sortier ich Also du warnt anders Also du warnt anders So, ich hab ein ganz paar Äh, äh, ob sie die Äh, was hat sie die? Ganz bisschen Zuckerrohr davon angepflanzt So mehr hab ich jetzt keinen Nerv Ich hab aber 50 Zuckerrohr Gerade in der Moment Ja, ja, aber du weißt du brauchst krass viel Um überhaupt auch nur ein ganz bisschen Ähm, Bücher zu haben Hast du schon mal Bücher gecraftet? Das ist eine Lebensaufgabe Sag ich dir Ja, drei Stück Also eigentlich ist das chillig mit so einer Farm Aber da die jetzt noch Leder brauchen Ist das nervig So, hier ist alles in der Kiste drin Gut Gecraftetes, Verschiedenes Verschiedenes denk ich immer hier Miau Ach, Holzkohle ist das So, Melonenkerne Die wollte ich eigentlich schon direkt anpflanzen Also wir jetzt für riskant Dann machen wir nächstes Mal Holzstein Alles klar Ich hab auch noch richtig viel zum sortieren eigentlich hier Einfach alles rein hier Sag, guck mal, die Kiste Ich mach alles, wo ich jetzt nicht sofort weiß, wo es hin muss Ja komm, dann helfe ich dir auch noch ein bisschen Werkzeuge So, jetzt ist alles leer Und ein Level hab ich Ich könnte schon was verzaubern Ich hab sechs Level Soll ich mal das Hillcatsch versuchen? Hast du den? Ich will den einmal sehen Ich will den einmal sehen Wo? Oh Guck mal, hier können wir genau die Bücher drum machen Ja Aber dann ist das Fenster versperrt Scheiße, das Fenster Ich brauch kein Licht Ich brauch Level Ja, aber es sieht auch nicht so schön aus Ja, aber wir legen uns das nochmal Wir haben ja noch Wir haben ja noch Den kann man ja immer wieder an- und abbauen Das war Achso, und außerdem hab ich hier einen Fehler Guck mal, wenn wir den Knopf drücken Dann ist immer der Piston, der dahinter ist, kurz aktiviert Guck Achso Der geht immer falsch weg Das heißt, man müsste den Knopf hier wahrscheinlich irgendwo anders setzen Einen weiter nach außen Oder Oder auch einfach Druckplatten Ja, aber bei dem hier geht's doch Bei dem hier geht's hier rechts Nur bei dem links nicht Nee Wenn du rechts drückst, dann bleibt der rechte draußen Ja, stimmt Links drückt der Lichter, weil er einfach aktiviert ist Okay Deswegen müssen wir einfach Dings da die Platten inzwischen machen Soll ich das kurz machen oder was? Du machst den Knopf einfach noch einer nach außen Nämlich hier Soll ich das kurz machen oder was? Ja, der kommt immer wieder noch schnell Das geht ganz schnell, musst du ihn hier unten abbauen So So einmal kurz Das kann ich auch noch Einmal kurz hier, einmal rund Ja, das Blöde ist dann nur, dass du hier aufpassen musst mit dem Bauen, weil du dann Müsst du aufpassen, aber mit Creepern vor allem War das nicht der Grundgedanke, dass dann die Creeper uns nicht treffen können? Aber hier kommt sowieso keiner hin, ne? Nein, mach keine Druckplatten Das geht auch, das geht auch ganz einfach mit Knöpfen, Mann Du musst ihn nur ein nach außen tun Ja, dann mach ich das jetzt mit dem Knopf Hä? Ach, Knopfe hab ich bekommen, so Ähm, zack Ich brauch noch ein bisschen Wets down Das heißt hier hin oder was? Und wir machen einfach den Knopf so hier an die Seite Ja, einen weiter nach außen einfach Ja, so können wir das machen an die Seite, komm Okay Oder ist nicht sexy Ist nicht so sexy, ne? Da wollte ich den eigentlich haben, oder? Ja, der ist doch mies, war ja Lieber schauen, wie es so ist Wie, wie sieht denn das aus? Wir können ja hier noch zumachen Wir haben sogar noch das Holz in der Kiste Können wir hier mal komplett zumachen einmal Ja Achso, hier ist natürlich falsch Folge mit Überlänge, meine Freunde Aha, die Überlänge, das ist ja ohne Masse Selbst für unsere Verhältnisse Überlänge Ohne Witz Hast du die Knopf bekommen? Ja Achso Yay So funktioniert das halt So kann auch kein Creeper reinkommen Yeah, das sieht geil aus Machen wir euch nochmal hier schön Dann war's das Und wir haben immer noch keine Slimes Aber da, die zwei Holz machst du noch hin, ne? Ähm, tropisch Holz, ja Zack So Au, ja Alles klar Dann können wir auch hier noch ein Glas drauf machen Wenn schon, denn schon Hm Herr, wo ist ein Glas? Hab ich Wir haben echt hier eine Sortierung Aber dann müssten wir da oben auch einen Half-Slap drauf tun Ja, dann müssen wir wieder das und das machen Ja, komm, dann mach ich noch einen Half-Slap drauf So, dann muss ich da endlich mal Feuer drauf machen Dann müssten wir hier auch eine Treppe hinmachen, ne? Hier so Haben wir kein Feuerzeug? Wir müssten doch eigentlich meins gehabt haben, um das Portal zu entzünden Sonst baue ich schnell ein Guck mal, hier haben wir noch Treppen Mache ich so Hä? Der Treppe hat sich zurück in die Kiste geportet Ja Ich würde auch nicht zutreffen So, guckt sich ganz schön aus So, jetzt gibt's aber erstmal Ah, Ende erstmal im Gelände Ups Erstmal machen wir jetzt hier ein beschauliches Feuerchen Beschaulich? Er mittlerweile ist hier So So Überlängen vorbei Das war's mit dieser Folge Es war vor Ort durch Spaß gemacht Wir sind zwei blöde Leute Und das war's, die nächste Folge bei Kev Dann holen wir uns wieder Level und verlieren sie wieder alle Und noch viel mehr Bis dahin Ich komm in den neuen PC, bis dann, ciao Ja, bis dann, mach's gut, ciao